Kofferdamm. Was ist der Kofferdamm? Der Kofferdamm ist ein Spannengummi, welches dazu benutzt wird, Zahnkronen absolut trocken zu legen. Die in der Zahnmedizin verwendeten Materialien sind überaus feuchtigkeitsempfindlich. Daher wird beim Aufkleben von Kunststofffüllungen und Keramikinlays ein Kofferdamm eingesetzt, um den zu behandelnden Zahn vom übrigen Mundraum abzuschirmen. Das Spannengummi kommt häufig auch bei Wurzelkanalbehandlungen oder einer Keramikeinlagefüllung zum Einsatz.